E. A. Poe Productions E. A. Poe Productions liest Märchen aus England heute Jubilei Jona Jubilei Jona war ein freundlicher, guter, netter Kerl, der schwer schuftete. Er wohnte auf Goathears zu. Seine Mutter war so froh gewesen, daß sie einen Jungen hatte, da hatte sie ihn Jubilei genannt, aber sein Papst meinte, das würde sich wahrscheinlich als Unglück erweisen und ließ ihn außerdem noch Jona nennen, einfach so, um es wieder auf gleich zu bringen. Na, dieser Jubilei Jona da, der hatte einen grauen Esel. Sein Papst hatte seinen eigenen Esel Salvation genannt, er war sehr strenggläubig, und Jubilei Jona machte also das gleiche, aber weil seiner eine Eselin war, verkürzte er das bißchen in Sally. Einmal mußten sie nun auf dem flachen Karren eine Fuhre den ganzen Weg hinüber nach Ashpryors schaffen. Es war eine tüchtige Fuhre, aber Sally war stark und gutwillig, und die Arbeit würde was einbringen. Nun hieß es in jenen Tagen, daß sich die Hexen drunten in Hestercombe treffen. Eine richtig üble Bande war das, sie kamen von überall her. Da war ein alter Mann, der sah die fittigenden Hexe auf ihrem Besenstiel über den Wald von Sherwich fliegen. Sie flog einfach hoch über seinen Kopf dahin in einer von den unheimlichen Nächten. Da waren zwei oder drei in Tenten und Kingston St. Mary und der böse Alte drunten in Graukombe, und sie alle schlotterten und zitterten richtig, denn sie waren nicht gerade sehr großartig gewesen mit ihren Verwünschungen, und nun hatten sie Angst, der Du-weißt-schon-wer würde kommen und einen von ihnen wegholen zu Feuer und Schwefel. Sie haßten Jubileys Paps, weil er fromm war, und sie meinten, Jubileys könnte sie erwischen, weil er als ein bißchen dämlich galt. Sie selber waren ja alle so gescheit, und das gefiel dann dem Du-weißt-schon-wer und würde ihn vom Höllenfeuer ablenken, und so machten sie sich dran. Als Jubileys und Sally, das steile Stück, nach Broomfield kamen, ging er hinter dem Karren und schob, um Sally zu helfen. Da kommt diese alte Hexe heraus. »Einer zum Schieben und einer zum Ziehen. Das ist Euch ein Paar von Eseln? Steig auf und laß Dich auffahren!« Jubileys sagte kein Wort darauf, aber dafür zeigte ihr Sally. Die trat nach ihr, daß sie sich überschlug. Dann ging's weiter. »Das hättest Du nicht tun sollen, Sally,« sagt Jubileys. »Ich hab ein Kreuzzeichen auf meinem Rücken,« sagt Sally. »Ich tat nicht gern eine Frau treten,« sagt Jubileys. »Ich tue's und ich tät's, wenn sie so ist wie die,« sagt Sally. Und weiter ging's. Den Ganzen waren kaum Pügel, fahren sie runter. Sally hält zurück, und Jubileys zieht am hinteren Karrenende. Und es war eine rechte Plagerei. Da kommt die alte Hexe aus Rose Cottage heraus, bei der Frog Street. »Und zwei zum Ziehen,« sagt sie, »und zwei zum Halten. Das ist Euch ein Paar von Eseln. Warum steigt Ihr nicht beide ein und fahrt den Hügel hinunter?« Jubileys sagte gar nichts. Aber Sally, die verpaßte ihr einen Tritt, der drehte die alte Hexe um und um. »Das hättest Du nicht tun sollen, Sally,« sagt Jubileys. »Ich hab ein Kreuzzeichen auf meinem Rücken,« sagt Sally. »Ich tat nicht gern eine Frau treten,« sagt Jubileys. »Ich tue's und ich tät's, wenn sie so ist wie die,« sagt Sally. Und weiter ging's. Dann kamen sie nach Kingston St. Mary, aber die Hexen da wollten es nicht auf einen Ärger mit einem Esel ankommen lassen, weil sie an das Kreuz auf seinem Rücken dachten, und Jubileys Jona, der sagte zu keiner Menschenseele ein einziges Wort, und so ließen sie sie weiter durchfahren. Und so war's das letzte Wegstück, bis sie an Sandhill vorbeikamen, und da stand der böse Alte von Graukom, mitten im Weg, und bevor Sally wußte, was er vorhatte, schaute er ihr in die Augen und brachte sie zum Stehen, wo sie gerade war. »So, eine Riesenfuhre und so ein kleiner Esel, das ist doch ein Paar von Eseln. Warum trägst du nicht gleich Fuhre und Karren und Esel und alles zusammen?« Aber Jubileys Jona sah ihm gar nicht in die Augen und gab auch keine Antwort. Hin und Anlauf und ein Tritt, und der böse Alte von Graukom flog halsüberkopf durch die Luft, und runter kam er, plitschplatsch, im Teich von der Lorfordmühle. Dann fuhren sie weiter runter und luden ihre Fuhre in Ashpriors ab. Auf dem Heimweg hielt Sally bei einem Grasfleck an, und Jubileys aß sein Brot und seinen Käse. »Dann sagt Sally, du hast ihn ordentlich getreten.« »Ich hab da ein paar Kreuzzeichen aus Schuhnägel an beiden Stiefeln«, sagte Jubileys Jona. »Die zu spüren, das hat ihm gar nicht gefallen wollen. Ein prächtiges Paar von Eseln sind wir.« »Ich habe vier Beine und einen Schwanz und lange Ohren und eine grobe graue Decke«, sagt Sally. »Na ja, ich hab einen langen Kittel und zwei Beine mit guten festen Stiefeln. Für eine jede Hexe sind wir gerade gleich. Ja, das ist mal sicher, daß wir ein Paar von Eseln sind. Wir können treten, daß es wirklich was nützt.« Also gingen sie vergnügt heim. »The AP that lit.« »The AP productions.« »A publications.« »LA pelo menos study, das hat er weg.« »The AP productions. »Datum Catcher leads.